Nicht alle alten Pokémon haben es in die Galar-Region geschafft. Doch einige werden mit dem DLC zurückkehren und auf die freue ich mich schon mega. Auf welche 10 Pokémon ich mich besonders freue und warum in diesem Video hier. Nummer 1 Kommen wir zum ersten Pokémon. Wobei eigentlich müsste ich sagen zum ersten Pokémon Trio. Gerade für ihre Rätsel waren sie in der dritten Generation sehr bekannt. Regirock, Registeel und Regice. So nennt sich das königliche Trio. Um diese drei legendären Pokémon fangen zu können, musstet ihr einige Rätsel in der dritten Generation lösen. Dazu gehört auch das Siegelkammer-Rätsel, wo man Vile Lord und Relicant mit dabei haben musste. Aber auch in den Ruinen selbst musste man die Rätsel der Regis lösen. So musste man zum Beispiel interpretieren, dass man in der Mitte Fliegen einsetzen musste. Und ich finde das passt halt auch ganz gut zu Schneelande der Krone. Es ist ja eine Art Entdeckerreise durch diese Region und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Abseits davon sind es natürlich legendäre Pokémon und diese verfügen über hohe Werte und auch gute Attacken. Aber in erster Linie freue ich mich wirklich wegen den tollen Rätseln, die echt viel Spaß gemacht haben. Ich finde, so könnten alle Pokémon in die Story integriert sein. Nummer 2 Es ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ich mich auf die Rückkehr dieses Pokémon freue. Wenn man so will, ist Dragoran der Klassiker unter den Drachen-Pokémon. Es wurde in der ersten Generation eingeführt und war dort gleichzeitig das einzige Drachen-Pokémon. Dragoran ist schon ein starkes Pokémon, auch wegen seiner Fähigkeit Multischuppe. Hat das Pokémon volle KP, so sinkt der Schaden durch sehr effektive Attacken um die Hälfte. Die Fähigkeit ist sehr praktisch gegenüber von Feen, aber auch gerade gegenüber von Eisattacken. Denn durch seinen Typ, Drache Flug, ist es natürlich besonders anfällig gegenüber von diesen. Gerade in Pokémon-Kämpfen sollte man es daher nicht unterschätzen. Designtechnisch ist es ein richtig verspieltes und knuffiges Pokémon. Und ich kann mir vorstellen, da Dragoran einem hinterherläuft, macht die ganze Sache natürlich noch etwas mehr Spaß. Es mag zwar jetzt nicht das beste Pseudo-Legendäre Pokémon sein, aber sicherlich eins, das man absolut lieb gewinnen kann. Ich liebe Dragoran so wie es ist und das ist auch gut so. Nummer 3 Für viele ist es das absolute Lieblings-Stahl-Pokémon und es ist zugleich auch das Signature-Pokémon von Troitrum. Selbstverständlich handelt es sich natürlich hierbei um Metacross. Auch wenn es in Schwert und Schild wahrscheinlich keine Mega-Entwicklungen geben wird, ist alleine die Stärke des normalen Metacross schon wirklich sehr groß. Auf physischer Seite ist es besonders stark mit einem Angriffsbasiswert von 135 und einem Verteidigungswert von 130. Neutral-Torso mag jetzt auf den ersten Blick nicht die beste Fähigkeit sein, die Metacross haben könnte, aber auf jeden Fall eine doch gute Fähigkeit, weil auch dadurch der Bedroher verhindert wird. Auch Metacross-Typ ist sehr gut mit Stahl-Psycho ein jeher schon immer starker Typ. Ganze neun Typen sind nicht sehr effektiv und einer Gift hat sogar keine Wirkung auf Metacross. Physische Attacken hat es auch viele gute parat, unter anderem Sternenhieb oder auch ein klassischer Erdbeben. Will man ein altes, gutes Stahl-Pokémon in sein Team nehmen, dann macht man mit Metacross nichts falsch. Nummer 4 Für viele ist es das Lieblings-Pokémon vom Typ Drache und ich kann es echt verstehen. Und nicht nur irgendeins, sondern meiner Meinung nach eins der wichtigsten Drachen-Pokémon überhaupt. Knackrack. Das liegt vor allem an zwei Dingen. Die erste Sache ist nämlich, es kann extrem viele gute Attacken lernen. Und die zweite Sache, die auch sehr wichtig ist, ist, dass es für ein offensives Pokémon einen sehr guten KP-Wert hat. Aufgrund dieser zweier Tatsachen ergeben sich natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, Knackrack wirklich effektiv zu spielen. Man kann schon fast ein kleines Buch damit füllen, so viele Movesets gibt es für Knackrack tatsächlich. Obwohl Dragoran einer meiner absoluten Drachen-Lieblinge ist, würde ich einem Anfänger eher dazu raten, mit einem Knackrack zu beginnen. Man kann bei dem Pokémon generell nicht viel falsch machen. Hat man Erdbeben oder Drachenklaue im Moveset drin, dann ist das schon eine feine Sache. Zwar muss man sich nicht unbedingt auf diese zwei Attacken fixieren, dafür kann man aber wirklich gute Movesets damit bauen. Ich kann es jedenfalls kaum abwarten, meine ganzen Knackrack-Movesets wieder effektiv einsetzen zu können. Nummer 5 Es ist ein Pokémon, welches sicherlich von vielen vergessen wurde, dass es überhaupt zurückkommt. Dabei besticht dieses Unlicht-Pokémon durch sein elegantes, aber schlichtes Design. Absol galt eigentlich am Anfang als Unglücksbringer, aber das stimmt mittlerweile auch nicht mehr so. Denn mittlerweile weiß man, dass Absol eigentlich nur die Menschen davor warnen wollte, dass eine Katastrophe sich anbahnt. Es ist also wahrlich ein sehr gutherziges Pokémon. Absol's Stärke im Kampf ist auf jeden Fall sein sehr hoher Angriffswert mit einer Basis von 130. Gerade Pokémon vom Typ Psycho sind hier sehr häufig im Nachteil, da sie meistens eine sehr geringe Verteidigungsbasis haben. Absol ist auch eins der wenigen Pokémon, das die Fähigkeit Redlichkeit besitzen kann. Wird Absol von einer Unlicht-Attacke in diesem Fall getroffen, erhöht sich sein Angriff um eine Stufe. Hat man viele Initiativpunkte in Absol investiert, lohnt es sich auf jeden Fall diese Fähigkeit zu spielen. Das einzige, was dem Pokémon momentan so fehlt, ist eine Weiterentwicklung. Aber wer weiß, vielleicht bekommt das Pokémon ja eine Giga-Dynamics-Form. Ich würde das dem Pokémon auf jeden Fall gönnen. Nummer 6 Auch dieses Pokémon ist kein legendäres und ebenfalls in der dritten Generation eingeführt worden. Zu seiner Zeit hatte es in Omega Rubin und Alpha Saphir sogar eine Mega-Entwicklung dazu bekommen. Jedenfalls ist Altaria eins von vielen Drachenflug-Pokémon. Mit seiner Wolke, bei der es über alles hinweg schwebt, hat Altaria ein sehr zeitloses Design. Wenn man aber keine Zeit hat, ist Altaria auch eine richtige Wahl. Bis Level 100 braucht das Pokémon gerade mal 600.000 Erfahrungspunkte. Weniger gibt's nicht mehr. Altaria ist eher etwas defensiv ausgelegt, kann aber die typischen starken Drachen-Attacken lernen. Da sind natürlich Attacken wie Drachentanz dabei, um seine Angriffs- und Initiativwert zu erhöhen, aber auch der Draco-Meteor. Es ist also einfach zu trainieren und gleichzeitig sehr stark. Fähigkeit der Wahl bei Altaria ist auf jeden Fall die innere Kraft. Beim Wechseln dieses Pokémon werden jegliche Status-Probleme geheilt. Es ist ein sehr fluffiges Pokémon, das man einfach nur liebhaben kann. Nummer 7 Kommen wir mal wieder zu legendären Pokémon und gleichzeitig auch zu einem Trio. Es ist das sogenannte Raubkatzen-Trio, welches in der zweiten Generation eingeführt wurde. Ente, Raikou und Suikun sind auf jeden Fall Pokémon, von denen man schon mal gehört haben sollte. Diese drei Pokémon hausen lange Zeit in der sogenannten Turmruine. Geht der Spieler hinein und interagiert mit diesen, dann rennen sie in der ganzen Johto-Region umher. Damals waren umherlaufende, wilde, legendäre Pokémon wirklich extrem in. Doch die Zeiten sind wirklich lange vorbei und auch diese drei Pokémon sind zu stationären Encountern geworden. Alle drei besitzen ein wirklich zeitloses Design, wobei ich das Design von Ente und Suikun noch am gelungensten finde. Alle drei sind zugleich auch sehr starke legendäre Pokémon. Bei Suikun ist es ziemlich einfach mit Gedankengut- und Siedelwasser-Kombinationen den Gegner in eine pure Verzweiflung zu bringen. Aber auch Ente´s Läuterfeuer sollte hier an dieser Stelle erwähnt sein. Ich bin wirklich glücklich, dass das Trio im DLC endlich wieder zurückkehrt. Nummer 8 Wir hatten ja jetzt schon die Rede von einigen legendären Trios, aber es gibt auch einige legendäre Duos. Dieses Duo stammt ebenfalls aus der dritten Generation und man musste sie ebenfalls in der ganzen Region jagen. Latias und Latios zu fangen war sicherlich manchmal ziemlich schwierig. Beide Pokémon sind vom Typ Drache Psycho. Latios war schon immer die offensivere Version des Duos, Latias die defensivere Version des Duos. Merkt man ganz einfach daran, dass die Angriffs- und Verteidigungswerte der beiden Pokémon getauscht sind. Beide Pokémon greifen aber eher speziell an, das heißt solche Attacken wie zum Beispiel Psychokinese oder aber auch wieder der Draco Meteor sind die richtige Wahl für die beiden Pokémon. Da sie beide fliegen können, aber nicht den Flugtyp innehaben, haben sie beide die Fähigkeit Schwebe. Dadurch bekommen die Pokémon eine zusätzliche Immunität und können nicht von Bodenattacken getroffen werden. Insgesamt sind die beiden ein agiles Duo, das schon immer seine Fans hatte. Nummer 9 Unter den Gifttypen genoss dieses Pokémon schon immer irgendwie einen Kultstatus. Kein Wunder, auch der Verbrecher-Boss Giovanni hat auf dieses Pokémon gesetzt. Nido King ist eine wahrliche, rohe Gewalt und das im wortwörtlichen Sinne. Denn seine gleichnamige Fähigkeit bewirkt einen enormen Angriffsanstieg. Attacken mit Zusatzeffekt verlieren zwar ihren Zusatzeffekt, aber die Attacke wird um 30% stärker. Tatsächlich ist es oft so, dass Nido King speziell offensiv gespielt wird, obwohl eigentlich sein physischer Angriff höher ist. Tatsächlich hängt das in diesem Fall direkt mit der Fähigkeit zusammen, denn ganz einfach, Nido King hat halt unglaublich viele solche spezielle Moves, die einen Nebeneffekt haben. Nido King ist übrigens auch gar nicht so langsam, wie man sich das vielleicht bei seinem Design denken mag, denn tatsächlich ist es mit einer Basisinitiative von 85 sogar recht schnell. Kombiniert man die Fähigkeit dann noch mit einem Leben-Orb, erhält man wirklich einen sehr starken und soliden Angreifer. Ich weiß, die erste Generation ist wirklich stark in Schwert und Schild vertreten. Aber über die Rückkehr von Nido King, eines echt starken Gift-Boden-Pokémon, sollten wir uns wirklich nicht beschweren. Nummer 10 Kommen wir nun zu einem Pokémon, welches wirklich verdammt schnell ist. Das Pokémon ist vom Typ Giftflug und nervt in unglaublich vielen Höhlen herum. Okay, jetzt mal ehrlich, Zubat kann man wirklich verteufeln dafür, aber X-Bud ist wirklich einfach nur nice. Das Pokémon ist richtig schnell, mit einer Basisinitiative von 130 überholt es fast jedes gegnerische Pokémon. Auch storytechnisch war X-Bud schon immer beliebt, Trainer wie Adrian oder Marc haben immer darauf gesetzt. Ich habe ja auch schon am Anfang den Typen von X-Bud erwähnt, nämlich Giftflug und das mag man gar nicht glauben, das ist sogar ein einzigartiger Typ dieser Evolutionslinie. Dadurch hat es einige gute Resistenzen, wie zum Beispiel seinen eigenen Typ Gift oder auch den mittlerweile sehr häufig genutzten Feentyp. Auch in diesem Zusammenhang sollte seine versteckte Fähigkeit Schwebe durch nicht vergessen werden, denn die umgeht Delegatoren und das ist immer eine ziemlich nützliche Sache. Auch wenn wir uns für die Rückkehr von X-Bud noch etwas gedulden müssen, so freue ich mich sehr, dieses Pokémon in den Empfang zu nehmen. Während andere Pokémon nur von sich behaupten können, dass sie ein High-Speed-Pokémon sind, ist es X-Bud wortwörtlich. Wie immer am Ende des Videos ist auch eure Meinung hier gefragt. Auf welche Pokémon freut ihr euch denn, die zurückkehren und warum? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, wenn ja, liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Doch wie immer verabschiede ich mich hier an der Stelle und sage bis denn, servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Bis zum nächsten Mal.